Tim Walter kommt jetzt noch hier. Erfugstrainer, wir wollen hoffen. Wenn wir drei Punkte noch im Märkte durchmachen, dann sind wir voll in die Spur. Du darfst nicht mehr viel abgeben, also am besten gar nichts. Oh, das weiß ich auch schon. Ich habe mein Freund Quartier schon Bescheid gesagt, sonst kriegt er ein Theater mit mir, dann kriegt er Hamburg verbunden. Aber Spaß, was Leute, die haben eine gute Truppe, logisch. Das sind doch wieder allerlei Leute hier. Ja, und wir sehen, was wir ranholen hier. Nur für den Trainer alles Gute. Ich hoffe ja, dass das bisher, ja, viele, kommt auch noch an. Was machst du denn? Haben sie dir die Schuhe geklaut? Das ist ja geil. Ja, jetzt haben wir hier unseren Muheim noch. Ja, beim Muheim sehe ich das so. Timi Leibold ist weg. Er hat wenig Konkurrenz jetzt, aber wie gesagt, der ist stagniert ein bisschen. Aber wie gesagt, der wird auch noch kommen. Wir haben ja noch unseren Kaddebecher. Ja, logisch. Das läuft auch noch. So. Mirko, was los? Ja, Mirko ist nütter. Wir sind Schweizer, ne? Kritizieren nicht auseinander. Macht doch nix. Der Volksträne. Ha, 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 ha. Hau rein. Pass auf. So will ich dich hören. Das ist Timi Leibold und lieb. Harte Schale, weiches Herz. So ist er. Ne, oder ne? Ja, Luge. Der hat die Truppe im Griff. Können sie alle reden. Alles Gute. Tschüssi. Jetzt war ich Schluss. Kalte Finger hab ich auch. Sharpeisch ist es zu wissen. Vielen Dank.